Vielen Dank, Christina. Offenheit, Herzlichkeit und Spaß. Das ist das Motto des diesjährigen Karnevals der Kultur. Genau. Ich glaube, wir sind auch schon wieder mitten in der nächsten Gruppe. Boida, Kaipora, Doida. Was so vielleicht heißt wie der verrückte Waldochse, der da eben auch schon zu sehen war, ganz kurz im Bild. Genau, da haben wir ihn. Schauen wir, ob wir noch mehr von der Performance sehen können. Tolle Bilder natürlich auch hier. Ein Bild, das zeigt, wofür der Karneval der Kulturen aufsteht. Farben, Internationalität, bunte Kostüme. Darum geht es auch der Gruppe tatsächlich. Die wollen eine Brücke zwischen den Städten aufbauen, also zwischen Berlin und zwischen Ressif, Ressife.